Hallo! Hallo! Ich bin hier. Mein Erd ist ein E-Mail-Video. Ich bin im Arena 9. Ich bin heute auf 3-2-Play und mache nicht mehr viel mehr. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Er ist mein Partner. Also ich komme mit ihm sehr gerne. Ich bin hier. Ich bin hier. Muss ich sagen. Also, sag mal auch mal. Hallo! Ich bin hier. Das ist übrigens mein Cousin. Und ich helfe ihm gerade bei dem Spiel. Ups! Auf Aufnahme. Ich helfe ihm gerade bei dem Spiel. Weil... Nach unten. Nach unten. Nach unten. Weil er dabei etwas Hilfe braucht. Also nur bei der Aufnahme. Weil ich gerade auf dem Handy spielen muss. Weil ich kein PC habe. Allgemein kein Computer. Ich habe zwar einen Computer, aber daraus kann ich immer schlecht... Aufnehmen. Aufnehmen. Weil ich auch nur meine Handykamera habe. Weil... Naja... Also... Okay. Mir rasieren jetzt gerade. Also... Also... Ihr rasiert hier. Alles klar. Also die Spiegelrasse und Duellkampf werden. Duellkampf. Duellkampf werden. Weil ich weiß. Es ist ein Update dafür gekommen. Ja. Das ist... Und das Update... Ich freue mich schon auf den Mega-Richter. Ich finde den jetzt nicht selbst getragen. Das ist schon mal rein. Ich würde es ja sehen... Ich bin wackig. Ich bin wackig. Ich bin wackig. Ich bin wackig. Hey, du machst... Hey, du machst... Mach... Eure Liebling-Status-Reichs mal in den Kommentaren. Also... Meine ist zwar frei. Ich kann ja mal auf meinen Status gucken. Ja, also... Aber ich bin auch Griechen-Spiel nicht mehr. Also ich spiele ja persönlich auch Clash Royale, aber... Und hier ist Arena 5. Ich bin Arena 9. Ja, also ich habe das auch wirklich noch nicht ganz so lange. Also... Also ich bringe die Arena hoch. Ja. Wie soll gesagt. Die Clash Royale hat nichts drauf. Wir... Was? Heute gehen wir auch noch zum Geburtstag. Oh ja, das könnt ihr dann auch so. Wenn ihr möchtet, schreibt es einfach mal... In den Kommentaren. In den Kommentaren, falls ihr wollt. Ihr? Und... Wir gewinnen! Noch nicht. Ich trau... Ich trau... Ich trau... Du links soll kommen, du brennst! Los! Hau! 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 Und dann schicke ich dir das Video da. Hau! Und dann schicke ich dir da. Also mit den... Mit den Werken ist sehr gut knapp. Meine Knarrenkrohe ist ok. Eine Epic... Meines Halb... Und dann kriegt auch eine Nähe... Also... Du kannst dir mal dein Back zeigen. Ich hab Ballon, Klon, Dunmenprinz, Magier, Latamhaube, Glätsarmee, Musketieren und die Süße mit Marke. Ich guck mal, was meine Lieblingskarte sagt. Das ist übrigens für ein Clan, der aber schon voll ist. Ja. Warte mal, ich möchte das mal ran. Warte, ich glaube, jetzt könnt ihr es sehen. Ja, jetzt ist es. Ist aber voll, ich kann es euch gerne zeigen. Moment, ich will meine Lieblingskarte prüfen. Hier, fünfte. 50, also es sind wirklich 50 Leute drinnen. Dann mach ich noch mal einen normalen Fight in meine Arena. So, ein Magier gesetzt. Jetzt hat er den fetten Päcker da hinten. Den fetten da. Ich weiß nicht, ob ich es sehen könnte, so gut. Aber auf jeden Fall stört der Päcker. Der Päcker, der dann später explodierte. Also, schreibt mir in den Kommentaren, dass eure Lieblingskarte schützt. Ich wundere, wenn ihr die Hand zählt, das ist, äh, Ellas. Also, ich will euch ein Handy und ein Trieb. Ja, wir können es mal nicht so gut wegblenden. Also, wir haben es schon mal probiert, aber... Das war ein Reif. Kommt, ich brauche nicht mein erstes Lüge an, dass man nicht sein kann. Das nehme ich auch nach unten. Aber die anderen sind okay. Die heißen jetzt gleich mal. Ja? Die heißen jetzt gleich mal. Haben die doch wieder hoch? Ja. Mäschig, Feuerbund. Ich meine schon mal, kommt ruck mal los an. Warum? Ich meine Schemagier, Mäschig, Feuerbund. Oder dein nächstes Mal, der Pnecken. Oder wie? Also, der kann kein Mensch sein. Warum? Nein. Hier sind ja irgendwie zu kalt. Und noch eine Minute wird's schaar. Das wird er nicht mehr schaffen. Und greifen. Und mein Name hat keine Horde, ist auch unbitten. Er spielt gegen Ali. Er heißt... Ero Suhade. Ero Suhade. Ero Suhade. Und wir machen jetzt mal... Er spielt schnell zu Ende und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Bis gleich. Buben. Das tut... Bye, Bye. B believing. Bye, Bye. 반, like da. Tschüss. aux fasts Schリения. Bis gleich. Tschüss.